Es ist so ein geiler, sonniger Tag heute hier im Jamm. Wir hatten eben gerade grüben am Strand an unserer Beatbox-Battle-Bühne die offizielle Vorentscheidung für die Berliner Beatbox-Meisterschaft. Wir hatten 14 Teilnehmer, die richtig ihre besten Skills präsentiert haben. Und hier präsentiere ich euch die vier Besten aus Berlin-Brandenburg, die für euch jetzt hier zusammen mit mir eine kleine Show machen. Und nachher, nachher um 19 Uhr, um 7 Uhr auf unserer kleinen Bühne am Strand, bellen wir um die Berliner Meisterschaft. Nur einer von den Vieren kann der neue Champion sein. Seid ihr damit da und es wird für euch ein Fünf-Mikrofon-Beatboxen. Put your hands in the air, put your hands in the air. Put, 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 put your hands in the air. We gonna go! We will see you again! Das ist wirklich! Ich bin ein Applaus für Ruki, komm, go, 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 go. Ist das nicht cool? Oh nein! Ruki! Der nächste Trainer, sein Name ist Shisei, Shisei, hört genau zu, hört, was er jetzt euch presentiert. Let's go! Ruki! Um, 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 Gebt mir aus, wie mein Füßchen geht! Und hier, präsentier ich euch, Boogie! Boogie aus Berlin! 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 des Beatbox-Battle gewonnen. Mal sehen, wie weit er es nachher schafft. Sein Name ist Gepo. Er kommt aus Steglitz. Wo sind die Steglitzer? All right. Gebt einen Applaus für Gepo. Dann rockt er für euch. Come on. Arme in die Luft. Rock hier. Beatbox-Battle-Style. What love. All right. Also. Ich habe es euch ja gesagt. Die vier Jungs haben es echt drauf. Wer Bock hat, um sieben Uhr sind wir drüben. Und bellen ums große Finale, um die Berliner Meisterschaft. Und jetzt noch einmal. Fünf Leute, fünf Mikrofone. Basta. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und jetzt noch viel Spaß bei dem weiteren Act. One Lock to the Coffinibox. Das war DIVO. Und meine DIVO-Fanstar.